Die Ukraine und Russland haben erneut Kriegsgefangene ausgetauscht. Insgesamt seien 44 Ukrainer nach Hause gebracht worden. Das teilte der Chef des Präsidentenbüros in Kiew mit. Es handele sich um 36 Soldaten und 6 Offiziere, die unter anderem die südostukrainische Hafenstadt Mariupol verteidigt hätten. Zudem seien zwei Zivilisten freigekommen. Das russische Verteidigungsministerium sprach von 40 heimgekehrten russischen Soldaten. Untertitelung des ZDF für funk, 2017